Und damit, liebe Leute, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Story of Seasons. Wir sind jetzt hier im Winter und in einer Höhle und ja, ich muss einen Mondstein finden. Und das wird jetzt echt eine Tortur, denn ich bin ehrlich, ich muss nachgucken. Und der Mondstein befindet sich auf der achten Ebene. Ja, Tro, wir hast ihn geguckt. Ganz einfach, weil wenn das Projekt demnächst zu Ende geht und er braucht das jetzt heute, dann wäre doof, wenn ich dann nicht das liefern könnte. Von dem her muss ich mich jetzt auf den Weg zu Ebene 8 machen. Alles andere ignorieren. Und auf das Beste hoffen. Und ich bekomme auch so auch Ressourcen, also so ist es jetzt nicht. Es ist mir nur lieber, dass ich jetzt weiß und Gewissheit habe, okay gut, da muss ich suchen, statt dass ich mit euch jetzt hier, äh, wieder zigtausend Folgen verbringe. Und dann, äh, irgendwer schreibt es dann in die Kommentare und sagt, ja, Tro, du bist aber doof. Jetzt sind die achte Etage gemusst. Ich stelle mir auch die Frage, woher man das erfährt normalerweise. Noch mehr stelle ich mir die Frage, warum habe ich den Ausgang noch nicht gefunden? Äh, das wäre so einfach gewesen. Ebene 4 erst. Weiß jedenfalls, wofür ich das Essen habe. Ah, das war schön. Das war einfach. Ähm. Super, ja. Oh, das ist ja ein richtig schöner großer Bereich, ne? Oh Mann, das kann ja jetzt hier überall sein. Ah, da ist er. Hätte ich mal gleich da zuerst gesucht. Ebene 6. Ah, perfekt. Ebene 7. Schade. Ebene 8. Also, auf Ebene 8. 18, 28, 38. Immer auf einer 8 endend, habt ihr die Möglichkeit, so einen Mondstein zu finden. Und das versuche ich jetzt natürlich auch. Die Wahrscheinlichkeit, so einen Mondstein zu finden, beträgt 10 bis 20 Prozent. Natürlich ist es saudumpf, weil mir war, dass ich die vorher gespeichert habe. Weil es dann jetzt mal neu berechnet wird. Und da haben wir schon den Mondstein, seht ihr? Ist doch wunderbar. Was? Ich habe gleich zwei gefunden. Ne, das passt mir jetzt wieder gar nicht. Jetzt habe ich wieder Angst, dass es der falsche ist. Gut, aber für was anderes brauche ich die Ausdauer eigentlich gar nicht, ne? Achso. Ja, wir gucken mal, was wir hier noch so finden an Geld. Äh, was ist das? Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Äh... Please explain? Wofür ist diese Wasserquelle? Hä? Der ist mir jetzt gerade mal wieder ganz, äh, entglichen. Äh, jetzt haben wir wieder ganzes... ...tolle neue Sachen entdeckt. Irgendeine Blüte. Kann ich die da aufs Wasser lassen dann vielleicht? Hat das was damit zu tun? Das sind irgendwelche Blütenblätter, die ich da rausbekomme. Unwahrscheinlich wäre es nicht, dass das was zu bedeuten hat. Eine Sandrose, aber... Nein, damit kann ich auch nichts machen. Hä? Ich schnall's nicht. Ich bin mir nur verlassen. Ach man, ich wollte nicht essen. Der kommt hier um 19 Uhr abholen. Genauso weiß ich auch noch nicht, wofür ich diese ganzen Ressourcen da unten brauche, die ich gefunden habe. Ist ja auch noch nicht geklärt. Anscheinend habe ich jetzt hier irgendwelche... ...Kristalle bekommen, die vielleicht was wert sind. Und hier kann ich was nicht einsammeln. Na super. Hm. Okay. Also offiziell bin ich jetzt gerade total, äh, aus dem Konzept. Weil das gesamte Spiel jetzt gerade komplett anders funktioniert, als so wie es, äh... Ich sag jetzt mal, erwarten würde. Ich meine, diese Dinger, die bringen mir hier richtig viel Kohle. Monstein bringt nicht so viel. Hm. 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 So, jetzt kann ich auch wieder kochen. Äh, diese Dinger hier wollte ich kochen. Ah, ich hab gar kein Mehl. Ah, ich hab gar kein Dango-Mehl. Hat sich noch irgendwo was geändert? Außer, dass hier Schneemänner rumstehen. Steht hier einfach mal so ein Schneemann rum. Kann man ja machen. Finde ich gut. Der See ist auch nicht gefroren. Warum ist der eine See gefroren und der hier zum Beispiel nicht? Und wann hab ich endlich meine Axt aufgelevelt? Oh, mein Hammer. Hm. Ist ja nicht so, dass ich jetzt gerade wie blöd schon was gekloppt habe, ne? Oh, endlich. Ich kann den Hammer aufwerten. Das war's wert. Ist noch die Axt. Und ich war glücklich. Nein, schade. Aber hey. Jetzt können wir ganz kurz gucken. Ah, auf 100%. Okay. Das dauert bei der Axt noch so lange. Ich weine nur ganz leise. Muss ich schnell zurück, weil um 19 Uhr kommt er wieder. Und dann möchte er gerne... Und dann möchte er gerne... Seinen Stoff haben. Blogger-Meister, wo bleibst du? Ich hab hier was für dich. Da ist er. Komm. Ah ja, das ist es. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ich werde jetzt zu den Nachbarn gehen und vor ihnen angeben. Äh, äh, ähm. Also, wie auch immer. Hier, bitte. Nimm das als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit an. Das ist goldenes Holz. Ein sehr wertvolles Baumaterial. Vor einigen Jahren war es nicht akzeptabel, sein Haus damit zu dekorieren. Und mit seinem Wohlstand zu protzen. Aber niemand macht sich heutzutage darüber Gedanken. Dieses Holz wird durch Regen nicht morsch. Also könntest du daraus einen Zaun machen. Also dann. Ich sollte mich auf den Weg machen. Äh, was? Ich hab jetzt goldenes Holz. Eins. Wenn es auf dem Boden platziert wird, verwandelt es sich in einen Zaunfall, der nicht verrottet. Ja, aber was hab ich da von dem Zaunfall, der nicht verrottet? Bei mir ergibt sich da die Logik noch nicht. Gutli, Wang, Mai, Jeff, Kürbis, Duke, Marie, Gray. Hm. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, 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 tsch